Fortescue, ihr kinnlose Zielscheibe, was macht ihr denn hier? Was? Nennt mich Mr. Oben, der Mächtige? Gellomir kann einem nur leid tun. Schon wieder liegt sein Schicksal in den Händen eines Hohlkopfes wie euch. Aber das arme Volk kann ja nichts dafür. Also, nehmt mein Schwert, aber rammt es euch möglichst nicht in den Fuß. Ich halte ja nicht viel von euch, Fortescue. Ihr seid einfach nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt. Mein Gott, Fortescue, ihr seid vielleicht ein Glücksteins. Ich hab hier was, das ich euch leihen könnte. Nehmt es, wenn ihr wollt. Denkt aber daran, dass ich das nicht für euch klapperigen Schwachkopf tue, sondern nur für das arme Volk von Gellomir.